Apple-Aktionäre könnten sich auf einen Geldregen einstellen. Das weltgrößte Technologieunternehmen überlegt, mehr als die Hälfte seines Barvermögens an Anteilseigner auszuschütten. Es gehe um rund 130 Milliarden Euro. Zusammen mit guten Verkaufszahlen des neuen iPhone X sollen so die Sorgen der Aktionäre gelindert werden. Denn Apple hat einen enttäuschenden Umsatzausblick für das laufende Quartal abgegeben. Zudem hat das Unternehmen im vergangenen Weihnachtsgeschäft weniger Smartphones verkauft als erwartet. Aber da das teurere iPhone X sehr beliebt war, gab es trotzdem Bestwerte bei Umsatz und Gewinn.